Die Schulzeit war schneller vorbei als gedacht? Dann schnell ein Studium gesucht für die beste Zeit deines Lebens? Doch dann ist dir die Sache über den Kopf gewachsen. Und letztlich hast du dein Studium aus unterschiedlichen Gründen geschmissen. Und nun? Keine Panik! Wir beraten dich. Zum Beispiel über viele Ausbildungsmöglichkeiten. Die auch zu deinen Interessen passen. Und ein guter Einstieg ins Berufsleben oder ein anschließendes Studium sein können. Es gibt einfach eine Menge Vorteile. Und du hast ebenso die Möglichkeit im Ausland Erfahrung zu sammeln. So wie gute Aufstiegs- und Übernahmchancen. Das könnte also deine Tasse sein. Ach, mach doch was du willst. Hauptsache, du machst es. Jetzt.